Die letzten eineinhalb Jahre waren für alle von uns schwierig. Vor allem auch für die Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele Gewerbebetriebe und auch KMUs wussten nicht, wie es jeweils weitergeht, welche Maßnahmen noch kommen würden. Wir alle möchten zurück in die Normalität. Das ist heute möglich, weil wir heute die Impfung haben. Und wir haben es in der Hand, die Pandemie miteinander wirklich auch wirksam zu bekämpfen und mit der Impfung zu beenden.